Herzlich Willkommen bei Apothekenfachkreis FM, dem ersten Podcast für Apotheken. Inspirationen, Anregungen und Impulse für eine bessere Kundenkommunikation im digitalen Zeitalter. Von und mit Michael Pieper und Norman Glaser. Betreuung und Info durch Smartphone – eine eigene App für die Apotheke. Apps gehören inzwischen fast schon zum Standardreporteur eines Unternehmens. Es gibt sie für jeden Sinn und Zweck und im Online-Marketing sind sie beinahe unabkömmlich. Auch Apotheken und Gesundheits-Apps sprießen derzeit nur so aus dem Boden. Aber warum genau braucht eine Apotheke eigentlich eine eigene App? Sammelstelle für Apotheken oder eigene Apotheken-App? Die App für Apotheken ist meist entweder eine Sammelstelle für Apotheken in der Umgebung, bei der man durch Eingabe der Postleitzahl die nächstgelegene Samtadresse und Öffnungszeiten ausfindig machen kann oder sie ist auf eine Apotheke konzentriert. Bei letzterem handelt es sich meist um eine persönliche Beratungs-App von einer Apotheke, die auch andere Features wie Vorbestellfunktionen anbietet. Oftmals findet sich auch beides kombiniert und die Sammelstelle wird als Notdienst-Finder-Feature in die App eingebaut. Heute wollen wir uns auf die Form von Apps fokussieren, die direkt zu einer Apotheke gehören, statt viele zusammenzufassen. Hierbei handelt es sich neben den Serviceleistungen der Beratung und der Medikamentenbestellung vor allem um Informationen. Schnelle und zuverlässige Informationen Informationen sind extrem wichtig. Viele Menschen greifen zu Google, wenn sich ein Schnupfen ankündigt. Das kann jedoch schiefgehen. Google sammelt Informationen und ordnet sie nach Klickhäufigkeit und Algorithmen, nicht nach medizinischer Relevanz und Richtigkeit. Wie viele Fachleute befürchten, bringt die Digitalisierung unter anderem tatsächlich mangelnde medizinische Beratung mit sich, da die Mehrheit der Menschen selbst nach Informationen sucht, statt einen Mediziner aufzusuchen. Das muss aber nicht sein. Die Beratung kann auch online erfolgen. Die Informationen müssen jedoch leicht zugänglich zur Verfügung gestellt und sichtbar gemacht werden. Hier vereignet sich nicht nur eine Website, sondern eben auch eine App. Diese kann mit medizinischen Infos bestückt werden, die zuverlässiger sind als Google. Neben dem Informationsfeature kann auch der Service einer Apotheke durch eine App verbessert werden, indem man zum Beispiel über die App eine Online-Beratung auch nach Ladenschluss anbietet. Informationen haben heißt nicht, dass diese Informationen auch genutzt werden. Wenn es um die Verbreitung der Informationen geht, bist Du gefragt. Deine Kunden möchten fundierte Informationen zu medizinischen Themen und eine gute Beratung zu ihrer eigenen Gesundheit bekommen. Wenn sie jedoch nicht wissen, dass Du genau diese Informationen ins Netz stellst, werden sie auch nicht danach suchen. Eine App ist nur sinnvoll, wenn Du sie auch bewirbst. Mach Deinen Kunden klar, welche Vorteile Deine App bietet und warum sie diese unbedingt nutzen sollten. Der größte Vorteil in der Informationsbeschaffung ist natürlich Dein Fachwissen. Die Inhalte Deiner App werden von einem Fachmann produziert und überprüft. Der Kunde kann sich also darauf verlassen, dass hier nur Tatsachen stehen und dass das Google-Ergebnis vielleicht doch noch einmal zu überdenken ist. Die Gesundheit im Blick Eine App ist persönlich. Es gibt neben der Information jedoch noch weitere entscheidende Vorteile. Die individualisierte Betreuung und der besondere Service, die durch eine App ermöglicht werden. Möchtest Du Deinen Kunden auf ganz besondere Weise betreuen und dies langfristig, lassen sich nämlich in einer App persönliche Stammdaten anlegen, anhand derer der Kunde sehen kann, welche Medikamente er wann verschrieben bekommen hat und wann er sie einnehmen muss. Eine App kann also in ihrer Funktion über einfaches Wissensmanagement hinausgehen. Sie kann durch den Nutzer selbst personalisiert werden und ihm das Gefühl absoluter Betreuung vermitteln. Dies bindet Kunden langfristig an Deine Apotheke, da es hierbei nicht mehr nur um Informationen geht, die der Nutzer auch aus dem Netz bekommen kann, wenn auch nicht so fundiert, sondern um echte persönliche Betreuung. Auch der Service lässt sich mit einer App auf ein neues Level heben. Schon oft haben wir angesprochen, dass viele Patienten sich eine mobile Vorbestellfunktion wünschen, um sich Wege zu ersparen. Dies und noch viel mehr ist mit einer App nicht nur möglich, sondern auch praktisch für Dich als Geschäftsführer. Du hast alle Informationen direkt online zur Hand und kannst Abläufe automatisieren. Geht das nicht alles mit einer Website? Gerade für Menschen, die schnell mal von unterwegs nachschauen wollen, bieten Apps viele Vorteile. Sie verbrauchen weniger Daten als Webseiten, sie laden schneller und sind zumindest teilweise auch offline nutzbar. Auch können Apps viele Features übersichtlich in einer Anwendung zusammenfassen, wie die Notdienstfunktion, den Informationsteil und die Vorbestellfunktion. Während Webseiten sich besser für längere Texte anbieten, da die Augen dort nicht auf 5 Zoll verharren müssen, was bei einem langen und komplexen Aufsatz schon mal ermüdend werden kann, sind Apps hervorragend geeignet, um zu personalisieren und von überall aus erreichbar zu sein. Auch kurze und knackige Infos können in einer App als Push-Nachrichten intensiver und praktischer herausgearbeitet werden. Wer Zeit und Muße hat, ist natürlich mit einer Kooperation zwischen Website und App gut bedient. Wie Du eine App für Deine Apotheke erstellst Apps erfordern einiges an Programmierfähigkeiten, man kann jedoch auch bestehende Appgerüste für die eigene App individuell nutzen oder aus Bausteinen etwas Eigenes basteln. Eine andere Möglichkeit ist, auf die Service- und Beratungs-App des Apothekenfachkreises zu setzen. Diese bietet Dir und Deinen Kunden viele Informationen und Funktionen. Was jedoch in jedem Fall in Eigenleistung entstehen sollte, ist der Inhalt. Egal, ob Du nur entscheidest, welche Inhalte Du in der App veröffentlichen möchtest oder sogar Selbstinhalte verfasst. Die Beratung ist und bleibt Dein zentraler Faktor im Apothekenwesen. Deine Kunden sind auf Dein Fachwissen angewiesen und vertrauen darauf. Mach Deine Expertise sichtbar.